Da bin ich wieder, Jungs! Da bin ich wieder, Jungs! Und was geht? Ähm, ich bin in Fortnite drin. Why are you gay? So soll ich eigentlich so kacke aus? Boah, kann ich jetzt einen Tanz machen? Oder der ohne Copyright ist? Was ist das denn jetzt? Wieso wird das kleiner? Ey, cool, ihr seht's gar nicht, ne? Aber meine Teammates... In der Teamsrunde... Ist einer. Wir landen einfach da. Das leichte Gefühl, dass er auf K ist, oder? Scheiße, da müssen wir jetzt Solo gegen... Äh, ja, das Solo-Solo-Team machen. Easy, also wirklich. Im Matchen, man steht in Solo versus Teams hier. Und rein, und... Hier ist keine Waffe. Aber hier ist natürlich eine... Hier ist eine Waffe und jetzt wird zerspört. Ach du Scheiße, ich will nicht erinnern. Hä? Äh... Oh, hat Scheidt. Wo rennt der hin? Wo rennt der hin? Oh, hier ist so ein Tömpel. Und komm hier raus. Oh, hier vorne ist ein Gegner. Ich hol die mal kurz hier. Scheiße, ich kann nicht bauen. Oh, ich bin erwischt. Scheiße! Easy, also wirklich. Mädchen, man steht in Solo versus Teams hier. Ach so, äh, jo. Es geht schon los. Äh, Handy wegpacken. Wir dann auf jeden Fall mal hier vorne in dieser Fabrik oder ähnliches. Die sind... Drohnen der Regier... Äh... Wer ist er dann? Müsst ihr Geschenkpapier? Ich würd's endlich ausprobieren, oder? What the hell? Oh my god! Da wird jetzt ne Lila, dass da einfach rauskommen. Das ist ja scheiße. Oh my god. Oh, der wird irgendwo geschossen. Ich komm. Der beste Fortnite-Spieler ist unterwegs. Wie ist der jetzt da unten? W-Wieso ist der Internet drin? Das ist ein Pfeil. Und hier geht's runter, oder? Oh my god. Ah, Shady. Check, check. Wie geht's also runter? Fergill... Fergill... Vergeltung, Jones. Oh my god, ne Sniper. Oh, mit den perfekten... Ja, das ist diese Katze hier. Sweetheart. Das Ding ist Hollywood-reif. Super, ja, ja. Besser Fortnite-Spieler und so, ne? Kaufen und zieh direkt mal was zum Müsse hin. Und seht ihr das da oben? Achso. Seht ihr das da oben rechts auf der Karte? Da ist ein Kreis. Und das heißt, dass da der gute, wie's der Peter Griffin umgebracht hat. Ach du schon. So, Leute. Angekommen in der nächsten Runde. Wir spielen hier mit... R.V.G. Ruan. Mit... Densko. Und... Mit Matteone. Fredo. Hey, Spider-Man, was geht? So, und sind wir hier gelandet? Haben wir direkt eine Flau-Berry... So, direkt mal hier einen Auftragskill annehmen. Ist ja nicht unten so ein Tresor, oder so? Ist ein Tresor. Ich spiel pro Tag hier halt 25 Stunden. Ach du Scheiß-Oah. An Vintar-Sortierung juckt, ne? Oh, du Lügel, das hat's hier gemacht. Komme. So, Mattei Totone. Komm her. Oder halt nicht den Feuch selber. Moin. Moin. Eingepackt. Eins plus. Oh, aufs... Ende. Durchgefallen. Du Lügel. Du Lügel. Tatsächlich wieder gemacht. Ich kriege... Ich kriege jetzt gleich so'n Head-On-Snap. Oder auch nicht. Groen ist bei Null-Ede-Fiva-Dee. Äh... Na, kann ich nicht. Ries-Gabasa-Germat. Oh, ich könnte mal ein paar bessere Waffen brauchen, ne? Wie haben wir so viele Dinge? Moin. Hier oben auf dem Baum sitzt da auch noch jemand. Wollen wir hier mal ab. Wo soll ich das Schild überhaupt? Ich finde das so kacke, ne? Das Schild ist so kacke. Oh! Peter Griffin! Wieso ist jetzt da Peter Griffin drin? Oh, moin. Peter! Peter! Äh, ich hab Peter, aber ich hab auch nur zwei. Du Lügel. Oh, schau's ab. Oh, tödlich. Ich mach tödlich selber, du Lügel. Ey, bitte, bitte. Wie heißt du, äh, denn... 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 ich glaube, wenn ich das im Schnitt mache, ne? Ich mach immer diesen Düdel-Lügel-Sound, wenn eng wer stirbt. Egal wer aus unserem Team. Wenig Treibstoff, egal was. Scheiß. Scheiß drauf. Ich hab den hier einfach übergefahren. Oh, ne, ne? Ich glaub, ich mach da selber wieder. Du Lügel-Tür. Du Lügel-Tür. Du Lügel-Tür. Ich... Äh, ich hab ja mehr und 30 Epis... Ach, scheiße. Und da kommt die Zone. Digi. Boah, ich seh am Kämpfen. Oh, Peter, äh, Peter Gryphon gebracht. Daniel. Du bist ein Ehrenmann. Ich kann euch derzeit noch mal eine lustige Storytile erzählen und zwar habe ich zuweiter von der neuen Grafikkarte bekommen. Oh, die war zu groß für mein PC. Das war das Ende der Story. Ich habe jetzt 4TB Speicher, ne? Sobald es jetzt wird so viel geschnitten, ich kann mir alles runterladen, was ich möchte. Ich danke dir, RVG One. Juan Silva El Mojosti Junior. Ich kann kein Spanisch. So, jetzt können die Einer kommen. Nein! Nein! Es hat dir gemütlich gemacht. Warte. Bitte. Ja, danke. So, einmal kurz sortieren. Moin! Ich bin der Markus. Random Frage, was denkt ihr macht irgendwie fragt uns gerade. Kraft! Power! Strat! Und hier mithelfen. Auch wenn ich jetzt eine Headshot-Sneid bekomme. So würde meine Handcam nicht stören, aber sieht scheiße aus. Ja, ist egal. Das ist mein Team, das ist egal. Boah, hier lassen sie dir halt immer so ein Auftragskill annehmen. Oder auch nicht. Dann... Pfff... 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 Ey, hier ist die Katze. Katze-Hit? Nicht gepuschen. Oh, nein. Oh, das ist das da für ein kranker Ritter. Ja. Pfff... 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 Ich kann ihn nicht zurücklassen, Leute. Es ist egal, ob ich sterbe. Das hat sich am Ende gelohnt. Boah, das ist sehr knackierend. Ich bin ein Stück, ich bin alles. Ich sehe, es gibt doch nur einen Typ oder so. Oh, nee, alles gut, alles gut. Oh, Fischi, bin letztens, halbisch. So, bin letztens, halbisch. Let's go, Jungs, Jams. Ey, hier, ich muss eigentlich ein Wort machen. Hier, ich, ich, ich ficker. So, Jungs, ich würde sagen, das war's mit dem Jus. Wir haben einen Sieg geholt, das habe ich... Auf jeden Fall wünsche ich euch noch was. Viel Spaß aus der Kattenmann.